In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man mit Hilfe von Switch und Case Bedingungen abprüfen kann, um den logischen Kontrollfluss in einem Expert Advisor für den Metatrader zu verändern. Um das zu tun, klicken wir im Metatrader hier oben auf dieses kleine Symbol oder drücken die F4-Taste. Jetzt sollten Sie den Meta-Editor sehen und hier klicken wir auf Datei, Neu, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simple Switch Case Abfrage, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann alles oberhalb dieser OnTick Funktion hier gelöscht werden. Auch die zwei Kommentarzeilen werden entfernt. Wir starten damit, dass wir uns hier eine Integra-Variable mit dem Namen Auswahl erzeugen. Die soll mit dem Wert 5 initialisiert werden und innerhalb der OnTick Funktion erzeugen wir hier eine Text-Variable vom Typ String mit dem Namen Einstieg. Der weisen wir aber noch keinen Wert zu, denn den möchten wir jetzt mit Switch und Case ermitteln. Dazu starten wir mit dem Schlüsselwort Switch für unsere Auswahl. Die weiteren Abfragen kommen hier in geschweifte Klammern. Und für den Fall, dass unsere Auswahl den Wert 5 hat, dann möchten wir mit Case den folgenden Programmcode ausführen lassen. In diesem einfachen Beispiel addieren wir einfach zu unserer leeren Variable Einstieg den Wert Der Kunde will, ASI. Wir nutzen hier Plus und Gleich. Das hat was mit einer Besonderheit zu tun, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Am Ende des auszuführenden Code-Blocks kommt unser Break-Statement. Das wird dazu eingesetzt, um aus unserem Switch-Case-Statement auszusteigen. Das gleiche machen wir hier nochmal für den Fall, dass unsere Variable den Wert 4 hat. In dem Fall bekommt unser Einstieg den Text Kunde will Bollinger-Benz zugewiesen. Für den Fall, dass wir die Variable mit dem Wert 3 belegen, dann soll unser Einstieg zusätzlich um die Aussage der Kunde will MACD erweitert werden. Man kann übrigens statt einer solchen Zahl hier auch eine einfache Rechenoperation in Klammern für den Casebefehl verwenden. Allerdings dürften wir hier keine Variable nutzen, denn das würde zu einem Fehler führen. Im Fall, dass unsere Variable den Wert 2 hat, möchten wir gerne unseren Einstieg erweitern um den Text der Kunde will Random Entries. Und zum Schluss gibt es noch eine Default-Option. Die wird immer dann ausgeführt, wenn keiner der einzelnen Code-Blöcke für die Abfrage hier oben zutrifft. In dem Fall möchten wir gerne unsere Einstiegs-Variable ergänzen um den Text keine passende Auswahl. Mit dieser geschweiften Klammer hier wird unser Switch Case Statement beendet und damit wir auch was sehen, möchten wir hier unten mit dem Command-Befehl das Ergebnis für den ermittelten Einstieg auf unserem Chart anzeigen lassen. Das war's soweit. Bitte klicken Sie hier oben auf Kompilieren oder drücken Sie F7. Das sollte jetzt ohne Fehler funktioniert haben und in dem Fall können Sie hier oben auf den kleinen Button klicken oder F4 drücken, um in den Metatrader zurückzukehren. Und im Metatrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombinationen STRG und R. Das öffnet dann hier den Strategietester und hier wählen wir die neu erstellte Datei simple Switch Case Abfrage Punkt EX5 aus, markieren hier die Visualisierungsoption und starten unseren Test. Und jetzt bekommen wir hier oben die Ausgabe angezeigt, der Kunde will RSI, ändern wir unseren Auswahlwert hier mal auf 3, kompilieren erneut, dann bekommen wir bei einem neuen Test die Ausgabe der Kunde will MACD, denn das entspricht dem Wert, den wir hier für Fall 3 ermittelt haben. Natürlich ist das hier nur eine Beispielcodezeile, hier könnten deutlich komplexere Berechnungen erfolgen. Jetzt ändern wir den Wert hier oben mal auf einen nicht vorhandenen Wert, zum Beispiel 11, klicken auf Kompilieren und beim nächsten Test bekommen wir hier oben die Textkette Keine passende Auswahl angezeigt. Hier wird also die Ausgabe für Default angezeigt. Soweit ist alles richtig und logisch. Es gibt aber eine Besonderheit und zwar wenn Sie diese Break Statements hier weglassen oder aus Versehen vergessen, setzen wir hier die Auswahl wieder auf 5, kompilieren das Ganze, dann geht das ohne Fehler, aber beim nächsten Test bekommen wir hier oben den Text der Kunde will RSI und der Kunde will Bollinger Bands und der Kunde will MACD. Und der Grund dafür ist, dass jetzt alle Abfragen bis zum nächsten Break Statement hier hintereinander ausgeführt werden. Man kann das auch absichtlich einsetzen, aber ich bin kein großer Fan davon. Das kann aber jeder für sich selbst entscheiden, denn Sie haben in diesem Video gelernt, wie Sie mit Switch und Case unterschiedliche Konditionen in einem Expert Advisor abprüfen lassen können und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5. Sie haben dann gespannt, wie Sie sich sein林 von curious und sich selber überprüfenierno und trainieren es hier in MQL5. Beide die devienden testimony, die sich erledigt werden und sie sich um an